Kinder sind unser höchstes Gut. Na bitte, wie kann es sein, dass ein Topverdiener 1500 Euro Familienbonus für sein Kind bekommt, während eine Alleinerzieherin mit niedrigem Einkommen nur 250 Euro für ihr Kind im Jahr bekommt. Auf der einen Seite 250 Euro, auf der anderen 1500 Euro. Sind die Kinder jetzt unterschiedlich viel wert? Gehen wir gemeinsam gegen diese unsoziale Politik der FPÖ-ÖVP-Regierung vor. Wir, die sozialdemokratische Fraktion der Arbeiterkammer Tirols, sind für dich da.